Unsere Geburt kann also ein traumatisches Erlebnis auslösen. Bei manchen mehr als bei anderen. Selbst wenn alles glatt geht und es keine Komplikationen gibt, verlassen wir den geschützten, warmen und friedlichen Bauch der Mutter. Dort wurden wir ganz automatisch mitversorgt, wir wuchsten in einem hohen Tempo heran und alles, was wir zum Überleben brauchten, entwickelte sich von alleine. Und jetzt, plötzlich, müssen wir diese Komfortzone verlassen. Wir haben keine Wahl und werden nicht gefragt. Das Licht der Welt wartet auf uns und das ist erstmal viel zu hell. Diese Welt ist laut, Hände greifen nach uns, wir werden vermessen und begutachtet. Das neue Leben beginnt, kein Wunder, häufig mit Tränen.